Hey Leute, Willkommen zurück zu Final Fantasy X 2. Ah, super, danke. Warte mal, achso, wir müssen noch die anderen aktivieren. Der ist, ne, der ist bereits betätig, also. Let's do it! Well done, please. Warte mal. Es ist ja, die Kamera. Ah, da brennt, da brennt ja alles nieder, ey. So, wir müssen erstmal was speichern und heilen, auch da MP. Der Riku. Es muss in hier sein, nicht wahr? Lass uns auf und schauen. Found it! Found it. Huh? Now I get it. I was wondering why they'd bother stealing half a broken sphere. Of course, they already had the other half. Very good, loves. I went through a lot of trouble gathering those pieces, all for noji-wooji. So don't you lay a finger on it. Let's get them, boys. Yes, boss. Time to clobber the robber. I think I have to go on it. Ich muss deine Hand nehmen? Ich muss deine Hand nehmen. Was ist das denn jetzt? Was? Juna! Es war schön, mit dir! Ich liebe ein guter Rost! W-w-wait a second! I'll let you see what's in the Sphere! Let us? Please, the Sphere is yours to watch. Mission abgeschlossen. Heilendes Licht erhalten. The Sphere is yours to watch. The Sphere is yours to watch. The Sphere is yours to watch. Spira But it's a Makina All we have to do is shakey shake our way up to it and take it apart That's what Nucci's got in mind and of course whatever he's planning is what I'm planning What about you? Me? The summoner who defeated Sin ought to stand up and defend Spira again Hmm So then I guess we're on the same side We'll be waiting for you Waiting where? Don't be silly love, on your airship of course I've always wanted to take a spin on that thing Ever heard of asking? Sin is gone, the calm is here I thought our peaceful days would never end The eternal calm I really believed it would last forever Until now I've realized how fragile it can be Chapter 3 Chapter 3 Chapter 3 There was a fucking blood First things first, we are going to Bevel Full speed ahead You just wait, Blondie Yuna, what next? She's off to save Spira, of course Right Yuna, Yuna Yuna, Yuna Always getting herself dragged into trouble We're going to Bevel There should be lots of skills there So why don't we hunt for them on the side Aha Just admit it, love You're a goody goody Ah Oh Alles klar Stürmung von Bevel Das kann nichts anderes als eine Waffe sein Auch wenn das Gewebe will bevel Es findet heraus was Wegner Gun wirklich is 3 Sterne, das sollte auf jeden Fall schwer sein So how are we gonna do this? Uhm It's obvious, we nab the head honcho Dann werden wir ihn mit Wegnegan und Checkmate gehen. Nicht schlecht. Ich habe keine Probleme mit dem Problem. Mein Ziel ist der neue Yevon Prater, Barrelei. Ein Mädchen wie dieser nicht ohne seine Hände ist. Beidehung. Er ist viel stärker als er sieht. Anwärmung. Wer geht da? Hmph, das sind die Spie der Jugendlichen. Wir werden uns nicht mehr auf den Ort gefeiert haben, wie du in Killika hast. Na gut, Glückwunsch! Glückwunsch! Mission gestartet Bewähl der Hauptsitz Neu Jevins Schlummert Magna Garn in den Tiefen und Halt Bewähls Benutze die Gondeln und finde es heraus Schwarz Magna hat jetzt gemeistert, okay, das heißt Das wir ja mal theoretisch tauschen könnten Okay, ich kann es auch mal glaubern. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich die Gondeln Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Was hat's denn überhaupt für Skills eigentlich? Ich bin ja Juna mit als Schwarzwagierin. Ja, wenigstens die Sachen, ne? Jetzt lernen sie grad Feurer. Ne lernen, dass wir Panzerbrecher, das ist viel wichtiger. Ja, das könnte jetzt richtig katastrophal werden. Ich bin allgemein kein Fan davon, dass man die ganze Zeit die Kostüme wechseln muss. Das ist halt auch, wir können keine Anhänger der Jungen Liga hier durchlassen. Das ist halt auch, wenn man die Kostüme wechselt. Das gibt's doch nicht. Wenn ihr hier durch wollt, dann muss ich euch als Feinde betrachten. Das ist halt auch, dass wir hier in den Kostüme wechseln. Und dann können wir mit dem Kostüme wechseln. Das war's für heute. Die schlafen alle 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 Die schlafen alle